Leo, weißt du was? Wir haben über 1000 Abonnenten auf YouTube! Nee! Ist nicht wahr, du! Das glaube ich aber nicht! Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Leo und Steph. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute freuen wir uns ganz besonders, denn wir wollten uns bedanken für über 1000 Abonnenten. Ein riesen Dankeschön! Mittlerweile sind es glaube ich fast 1305 oder so. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen von euch. Wir freuen uns, dass ihr uns jeden Tag bei YouTube so liebe Kommentare schreibt und bei Instagram so nette Nachrichten. Das berühmt uns. Und wir hatten echt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Genau. Und da freuen wir uns wirklich sehr über euren coolen Support. Wir freuen uns über euren Support. Und wir wollen uns natürlich bedanken. Jetzt ist die Zeit sich anzuschnallen, denn jetzt geht es richtig rollenbund. Wir haben richtig kranke Sachen. Wir fangen an mit... Ich war noch gar nicht bereit. Nein, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ja, ich habe mir das auch anders vorgestellt. Wir haben einen Beautyblender. Sie ist nicht der absolute... In Schwalm. Nilly Pink. In Schwalm. Dann haben wir... Schmeiß hoch. Schmeiß hoch. Schmeiß hoch. Dann haben wir einen schwarzen Tailteaser. Und zwar den mit dem Griff. Also nicht diesen normalen, sondern den mit dem Griff. Den haben wir beide auch. Funktioniert gut. Das riecht geil. Macht heute gut. Dann haben wir natürlich auch noch was zu naschen. Zum einen... Leckere Kinder Schokolade. Yeah. Und? Jetzt... Oh mein Gott. Und nochmal Riegel. Das sind so geil, Leute. Ja, Mann. Feier die richtig hart. Dann haben wir eine... Kartoffel. Say what? Du musst die auch wieder hochwerfen. Nein, ich will sie nicht hochwerfen. Okay. Dann haben wir eine... Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Eine festkochende Speisekartoffel. Warum? Weil... Komm jetzt seid ehrlich. Muss ich das überhaupt erklären? Kartoffeln sind aber geil. Mit so einer Kartoffel kann man so viel machen. Ja, deswegen... Du kannst sie kochen. Du kannst sie backen. Eine Kartoffel, die wir beide geküsst haben. Oh mein Gott, ist das nicht der Wahnsinn? Aber das war ja noch links nicht alles. Dann haben wir... Oh mein Gott. Das geht nicht so gut. Dann haben wir ein paar... Happy Socks. In Größe 36 bis 40. Mhm. In grün. In grün. In grün, Leute. Genau. Sind die nicht süß? Ich find sie süß. Ja. Schimmy, was haben wir noch? Ich weiß nicht, Leonie. Ich will jetzt noch mal ernten. Alter. Auf jeden Fall. Weil ich drauf hab. Ein wunderbares Deo von 8x4. Es riecht auf jeden Fall richtig gut. Welcher duftest das? Pink Fresh. Seerose. Genau. Das war's. Also wir haben einen Beautyblender, einen Tangle Teaser, ein paar Happy Socks, eine festkochene Speisekartoffel, ein paar Knoppersriegel, eine Packung Kinderschokolade und ein Deo von 8x4. Wow. Das war richtig viel. Sieben geile Sachen, Leute. Was ihr tun müsst, um diese geilen Sachen zu gewinnen. Ihr müsst Abonnenten von unserem Kanal sein auf YouTube. Und ihr müsst einen ganz lieben Kommentar unter dieses Video schreiben. Das tollste Kommentar gewinnt, der uns ganz besonders gut gefällt gewinnt. Genau. Wahrscheinlich packen wir irgendwie die 20 besten Kommentare oder so in einen Topf. Ja. Und dann ziehen wir einfach den Namen. Genau. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewinnt. Wir machen bestimmt irgendwann wieder eine Verlosung. Aber wir schreiben euch auf jeden Fall eine Nachricht, wenn ihr gewonnen habt. Nächsten Sonntag werden wir Bescheid sagen. Wir haben noch mehr zu sagen, ja? Erstens haben wir eine Ankündigung für euch. Und zwar... Wir haben die Rap-Szene rasiert. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was reden die beiden da? Aber wisst ihr was? Das werdet ihr den nächsten Sonntag erfahren. Und seid gespannt. Das ist nämlich richtig krass. Steffi und ich haben einen krassen Track aufgenommen, ja? Und es wird ziemlich krass. Steffi und ich, wir haben viele Facetten. Seid gespannt. Das wird ein krasses... Da kommt ein krasses Video auf euch zu. Die Ladies haben die Rap-Szene rasiert. Krasser Track. Krasser Track. Krasser Track. Ziemlich krasser Track. Krasser Track. Na, habt ihr Lust auf mehr? Na? Dann abonniert unseren Kanal und schaltet auf jeden Fall nächste Woche Sonntag ein. Juhu! Jetzt wollen wir von euch noch ein paar Grüßen. Ihr schreibt uns ab und zu Nachrichten, Kommentare, ob wir euch grüßen können. Und jetzt haben wir uns eben noch auf die Schnelle ein paar von euch rausgesucht. Wir haben jetzt nicht alle gefunden, aber die, die wir jetzt gefunden haben, auch die Schnelle, werden wir jetzt grüßen. Genau. Also haltet euch fest. So, ich fang gleich mal an mit dem ersten Girl, was ich grüße. Und zwar mit der Maike1234. Hallo Maike. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Dann grüßen wir die Laula-006. Hallo. Grüße. Als nächstes grüße ich die... Wir. Wir. Nein, nur ich. Lifestylegirls241. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Dann grüßen wir die... Sorry, falls ich das jetzt falsch ausspreche oder so. Dann grüßen wir die Jule Case Official. Hallo. Yes. Hi. Als nächstes grüßen wir die Mira unterstrich Unicorn5. Genau. Liebe Grüße. Viele Grüße. Dann grüßen wir die... Ihr habt gerade so komplizierte Namen. Also ich wüsste gar nicht, was das soll. Ja? Dann grüßen wir X untenstrich Simona untenstrich X. Liebe Grüße von uns. Hallo. Liebe Grüße. Und ein Busi. Als nächstes grüßen wir die Tina unterstrich Lammkau. Genau. Liebe Grüße. Weiter geht's zum Grüß-Marathon. Wir grüßen Lana Mariella. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Dann grüßen wir noch Jasminchen unterstrich 1 1 0 2. So sieht's aus. Und als letztes grüßen wir noch... Nele. Lia. Emmi. Wir sollten noch einen Namen schreien. Warum auch immer. Die Grüße an euch. Liebe Grüße. Wir kennen die Connection. Wir wissen, wer ihr seid. Wir wissen, wer ihr seid. Jetzt war es uns auch schon wieder mit dem Video. Nochmal ein großes Danke. Danke. Genau. Ich denke, wir sind ein bisschen kleine Würstchen, was Social Media Aktivität angeht. Wir überlesen da auch manchmal Nachrichten und antworten nicht. Wir geben uns jetzt Mühe. Wir müssen das auch was lernen. Falls wir euch da irgendwie mal ignoriert haben, tut es uns leid. Das war keine Absicht. Wir sind einfach beide... Manchmal ein bisschen... Fun. Aber wir sehen euch alle und wir freuen uns über euren Support. Bis bald. Tschüss Denzi. Tschüssi. Muah. 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 Amore. Amore. Für jeden Einzelnen von euch.